Die Kriegsutzen zu Rimmerschen an der Wies, eine Pressekonferenz zu machen. Da fährt nur mal auf Esch und da guckt er dort, die Leute in der Face, was da ein gewaltiges Lach an die Naturgemitglieder ist, für eine Stammstelle zu bauen. Früher waren sie kein Autobahn. Heute sieht der Minister Bausch mal nicht mehr, wir bauen ein Autobahn. Oder die Stadt baut ein Autobahn. Nein, ich bauen ein Autobahn, Säte. Das ist eine formidabe Entwicklung. Auf der B muss sie weggehen, aber da geht sie umgelaufen. Auf der Bösch muss sie weggehen, aber da geht sie umgelaufen. Auf der Wies muss sie zauberternähen, aber da geht sie zauberternähen. Und der Witz ist, dem Minister ist ein Nachhaltigkeitsminister. Darüber kann ich nicht mehr lachen. Die Zierf hat sich nur nachhaltig, was in dem Minister ist, dass noch nie so viel nachhaltig kriegen, wie es mit Beton zauberternähen geht. Das ist das, was noch haltig an diesem Regie.